Hi Leute, ich wollte euch mal wieder zeigen, was ich an einem Tag gegessen habe als High Carb Veganer, der sich mit viel Gemüse ernährt. Den Tag habe ich angefangen mit einem Brot, auf das ich eine Avocado gemacht habe und nicht nur Salz benutzt habe, sondern dieses Mal sogar Sriracha Soße oder Sriracha. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Jedenfalls diese Soße hier, die ist scharf. Dann habe ich noch ein weiteres Brot mit Marmelade gegessen. Davon habe ich doppelt so viel gegessen, wie hier abgebildet ist. Das ist diese Marmelade hier von Ikea, die ich super, super lecker finde. Und sie ist bio. Dann habe ich noch was von dem Hail to the Kale Salad von Chef AJ gegessen. Das Rezept findet ihr oben in den YouTube-Karten. Wie fast jeden Tag in letzter Zeit habe ich mir einen großen, großen grünen Smoothie gemacht. Dieses Mal mit sehr, sehr wenig Obst und sehr, sehr viel Grünkohl. Das muss ich nächstes Mal echt anders machen, weil das war schon im Normalen runterzukriegen. Waren ja auch fast zwei Liter lecker, aber dann noch zu viel Grün und dadurch etwas stückig. Dann, bevor ich Rad gefahren bin, heute habe ich noch diese zwei Kartoffeln gegessen, die im Kühlschrank waren, mit dem Ikea-Senf, den ich so liebe. Und den restlichen Grün-Smoothie habe ich mir in meine Trinkflasche gefüllt und auf die Radfahrt mitgenommen. Dann musste ich nämlich kein Essen mitnehmen und wie ihr hier gesehen habt, ja, wollte meine Kamera nicht scharf stellen. Ich habe mir dann in meinen Salat was von diesen Hähnchen-like-Stücken von Vivera gemacht. Die kommen nämlich tatsächlich ohne Öl aus. Es ist Soja-Eiweiß, also ist es halt nicht optimal, aber ab und zu finde ich das total okay dafür, dass es halt auch fast kein Fett hat. 0,5 Gramm auf 100. Hier mein toller Salat, Romana-Salat, roter Reis, die Hähnchenstücke, Brokkoli und Rosenkohl gekocht. Und dazu das 3-2-1-Dressing von Jane Esselstyn. Zum Nachtisch ein Schokopudding mit selbstgemachter Mandelmilch und selbstgemachtem Cranberry-Relish, Cranberry-Soße, wie auch immer. Das Rezept für die Mandelmilch findet ihr oben. Auf das Rezept für das Cranberry-Zeug müsst ihr noch bis aufs nächste Video warten. Hier seht ihr wieder das, was ich minutiös bei Chronometer eingegeben habe. Dürfte so alles vollständig sein. 2.591 Kilokalorien. Ich war an einem Tag ja auch Radfahren. Davon 61% Kohlenhydrate, 19% Fett und 20% Protein. Und das sieht eigentlich ganz gut aus bei meinen ganzen Target-Werten. Also hier angeblich zu wenig Wasser. Okay. Kohlenhydrate habe ich, glaube ich, irgendeinen willkürlichen Wert einfach angegeben. Aber 426 Gramm Carbs, ich weiß nicht, wie Leute es schaffen, irgendwie nur 20 Gramm Carbs am Tag zu essen. Das scheint mir kein wertvolles Leben zu sein. Omega-3 Fettsäuren genug. Omega-6 zu wenig, finde ich aber nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Dann Protein, durch die Bank weg, alles. Mit Mineralien, durch die Bank weg, alles. Und Vitamine, durch die Bank weg, alles. Weil ich halt Vitamin B12 und Vitamin D supplementiert habe und das auch empfehlen würde. Jo, so sieht's aus. Ich bin ein Veganer mit totalem Nährstoffmangel, wie man hier sieht. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Also測 krypteb一直 in diesem Video. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Geblend Antrik inquisition.